Das ist Jenny. Jenny kriegt heute Open Braid mit Deep French, glaube ich, oder? Oder mit Lose Wave? Das war, glaube ich, Body Wave. Body Wave, okay. Body Wave und dann werden wir mal zeigen. Kannst du mal zeigen, wie lang deine Haare sind? Ja, okay. Schön. Okay. Jenny ist fertig. Das war ein langer Marathon, aber es hat sich, ich glaube, gelohnt. Wie gefällt es dir? Super. Meine Haare wurden gepimpt. Ja. Kannst du sie nach vorne? Ja, genau. Genau. Und dann vielleicht dich mal drehen. Deine Haare sind relativ lang und wir haben sie bis fast unten geflochten. So lange Haare hast du. Das hat man gar nicht gesehen, gell? Ich hätte meine fast fast Zeit gemacht. Ja, gell? Ja, genau. Aber so sieht es hübsch aus, finde ich. Okay, hab viel Spaß. Ja, bei dir. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020